Hallo, mein Name ist Dirk Sorge und ich arbeite als Künstler und Kulturvermittler in Berlin und Leipzig. Ich bin kein Bauhausexperte, aber ich beschäftige mich seit gut zehn Jahren mit dem Thema Inklusion in Kunst und Kultur. Ich habe die Sammlung des Bauhausarchivs untersucht, um herauszufinden, wie inklusiv das Bauhaus war. Man findet in den 1920er und 30er Jahren natürlich nicht direkt den Begriff Inklusion. Den Begriff gab es damals ja noch nicht. Man kann sich aber fragen, für wen die Produkte gestaltet wurden und was für ein Menschenbild der Gestaltung zugrunde lag. Ein guter Einstieg in das Thema ist dieses Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1932. Es zeigt drei Arbeiter, die ein Haus aus Fertigteilen zusammenbauen. Sie tragen ein Wandstück mit einem eingebauten Fenster und verbinden es vermutlich mit den anderen Wänden des Hauses, die bereits stehen. Diese Bauweise wurde von der Firma Hirsch, Kupfer und Messingwerke entwickelt. Der Vorteil dieser Häuser war, dass sie aus Metallfertigteilen sehr schnell aufgebaut werden konnten. Viel schneller als Häuser aus Ziegelstein. Das Haus auf dem Foto wurde von Walter Gropius entworfen und war Teil der Architekturausstellung Sonne, Luft und Haus für alle auf dem Berliner Messegelände. Die Formulierung für alle scheint auf den ersten Blick sehr inklusiv. Wenn es für alle ist, wird ja niemand ausgeschlossen. Aber gerade wenn das Haus aus Fertigteilen besteht, die auf der Baustelle nur noch montiert werden, müssen diese Teile genormt sein. Das Fenster ist in einer ganz bestimmten Höhe. Die Küche wird aus Fertigteilen eingebaut und muss an vorgefertigte Anschlüsse passen. Wenn ein Mensch zu sehr von einer gedachten Norm abweicht, wird das Haus für ihn unpassend oder unpraktisch. Für alle bedeutet also einfach, dass einige vergessen wurden. Man kann sich also fragen, für wen das Haus und andere Gegenstände passend gestaltet werden. Wer entspricht der gedachten Norm? Dazu lohnt sich ein Blick auf Zeichnungen, die im Unterricht am Bauhaus entstanden sind. Zum Beispiel Körperstudien von Karl Hermann Haupt aus dem Unterricht bei Paul Klee aus dem Jahr 1923. Hier ist eine menschliche Figur analytisch gezeichnet. Die Gliedmaßen bestehen aus einfachen geometrischen Formen und die Gelenke sind Kreise als Verbindungsstücke der Glieder. Die Zeichnungen wirken wie eine Bauanleitung für einen menschenähnlichen Roboter oder eine Puppe. Auf der einen Zeichnung sehen wir die Figur von der Seite mit angewinkelten Beinen sitzend. Sie stützt sich mit einem ausgestreckten Arm nach hinten ab. Auf dem anderen Bild sehen wir sie stehend von vorn. Sie hat die Beine gespreizt und den Oberkörper nach vorne gebeugt. Ein Arm ist nach unten gestreckt und die Hand berührt den Boden. Diese Zeichnung von Friedrich Reimann aus dem Jahr 1932 gehört zu einer Serie von Übungen aus dem Unterricht bei Joost Schmidt. Sie wirkt weniger schematisch, weil hier durch Licht und Schatten die Volumen der Körper dargestellt werden. Sie zeigt einen männlichen Akt, der neben einer Gliederpuppe steht. Beide sind gleich groß. Der Mann steht links auf einen Stab gestützt und berührt die Puppe an ihrer Schulter. Gliederpuppen sind interessante Gegenstände, weil sie Proportionen sichtbar machen sollen, die einem Durchschnitt entsprechen. Gleichzeitig prägen sie aber auch, welche Körperformen in einer Gesellschaft als normal gelten, besonders wenn sie in der Ausbildung von GestalterInnen genutzt werden. Man kann sich fragen, ob die Gliederpuppe auf der Zeichnung zufällig ähnliche Proportionen hat wie der Mann oder ob der Mann für den Zeichnungunterricht gezielt ausgewählt wurde, weil er den Proportionen der Puppe entspricht. Ein ähnlicher Blick auf den Körper findet sich auch in dieser Gliederpuppe von 1922, entworfen von Oskar Schlemmer und gebaut von Josef Hartwig. Die Puppe besteht aus farbig lackierten Kugeln, Scheiben und abgerundeten Kegeln, die von Schnüren zusammengehalten werden. Durch das freundliche große Gesicht und die einfachen Farben und Formen wirkt die Puppe wie ein nettes Kinderspielzeug. Diese Körperdarstellung ist allerdings nicht weit entfernt von einem Menschenbild, das von Funktionalität, Effizienz und Kontrolle geprägt ist. Gesund und leistungsfähig zu sein hatte einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft der 1920er und 30er Jahre. Das Image des schönen, gesunden Körpers wurde gezielt immer wieder auch in der Werbung eingesetzt. Der Werbegrafiker Herbert Bayer hat viele Plakate entworfen, die antike Statuen oder andere idealisierte Körper für Produktwerbung nutzen. Zum Beispiel ein antiker Diskuswerfer als Werbemotiv für Chlorodont-Zahnpasta aus dem Jahr 1937. Gesunde Kost, gesunde Menschen heißt es in der Überschrift und der Text gibt Ernährungstipps für einen starken Körper und straffe Nerven. Auf einem anderen Plakat wirbt ein durchtrainierter Sportler für ein Deo. Gesunde Haut mit Vasenol. Hier fehlt leider die Datierung, aber Stil und Ausdruck des Sportlers hätten gut ins Olympiastadion im Jahr 1936 gepasst. Weniger dynamisch ist dieser Plakatentwurf von Gürtler und Kannegießer aus der Mitte der 1930er Jahre in schwarz-weiß mit roten Akzenten. Ein Reformhaus wirbt für zwei Veranstaltungen unter dem Motto Koche gesund. Die Neuform-Kochvorführung verspricht gesunde billige deutsche Volkskost, Vorzüge und Vielseitigkeit der neuzeitlichen Küchenführung und gibt den Hinweis Kostproben, Teller, Löffel, Tasse bitte mitbringen. Außerdem wird ein zweitägiger Kochkurs veranstaltet. Für die praktische deutsche Hausfrau. Höchstzahl 25 Personen, damit jede Teilnehmerin gründlich mitarbeiten kann. Menschen sollen also praktisch sein und richtig funktionieren. Sie müssen leistungsfähig sein und dafür müssen sie wiederum gesund bleiben. Gestaltung kann dabei helfen, indem Dinge so geformt werden, dass Arbeitsabläufe ergonomischer und effizienter werden. Man kann zum Beispiel Küchenmöbel so gestalten, dass Handgriffe und typische Bewegungen schneller und leichter ausgeführt werden können. Die Bilder auf diesem Filmstreifen zeigen eine Szene aus dem Dokumentar-Stummfilm Haus Gropius von 1926. Sie stammen aus der Serie Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich? Hier demonstriert die Hausangestellte den Schiebeschrank in der Küche. Gesund wohnen ist aber nicht nur eine Frage von praktischer Gestaltung, sondern hängt auch davon ab, wer sich eine Hausangestellte leisten kann und wer die körperliche Arbeit selbst verrichtet. Sicherlich konnten in den 1920er und 30er Jahren nicht alle Menschen gleichermaßen gesund wohnen. Manche hatten nicht die nötigen finanziellen Mittel und andere passten nicht in die genormten Formen aus Fertigteilen. Inklusive Gestaltung müsste solche und andere Ausschlüsse erkennen und vermeiden. Die Auswahl der gezeigten Beispiele ist subjektiv und sehr ausschnitthaft. Das Bild des gesunden, funktionierenden Menschen als Idealvorstellung ließe sich aber noch bei vielen weiteren Sammlungsstücken herausarbeiten. Es prägt unterschwellig auch die Geschichte des Bauhaus und ich habe hier nur etwas an der Oberfläche gekratzt. Die Vorstellung etwas für alle zu gestalten, taucht auch unabhängig vom Bauhaus bis heute immer wieder auf. Manchmal wird das nur als Werbeslogan benutzt und manchmal ist es nur ein naiver Wunsch, der nicht zu Ende gedacht wird. Wenn man es damit aber ernst meint, muss Gestaltung viel weniger aus Fertigteilen massenhaft produziert werden, sondern sehr flexibel, anpassbar und verformbar sein. Gestaltung ist nie unschuldig. Sie bestimmt mit, was in einer Gesellschaft als normal gilt und was als Ausnahme oder Behinderung.